So, und da sind wir auch schon bei der Mission Heavens Untergang. Wenn wir halt den zweiten Pfad gewählt hätten. Verwenden Sie Vikings und den Himmel über eine Verseuchung zu säubern. So, okay. Die Virovagen. Okay, das ist schlecht. Ja, das stimmt allerdings. Gut, Worts. Die Brutlords, von denen uns berichtet wurde. Vorsicht, sie sind äußerst effizient gegen Bodenziele. Okay. Dann müssen wir sie von oben angreifen. Wo sind meine Vikings? Wo sind meine Vikings? Da sind meine Vikings. Drei Stück. Und es geht los. Auf die Eins, mit BFs bauen. Brauchen wir hier noch einen Viking. Bleibt wachsam. Wer das Schiff verlässt, trägt einen Schutzanzug. Ich will nicht, dass noch mehr Leute verseucht werden. So, wir werden uns einfach mal ein bisschen einpokern. Wir verseuchen auch Space Marines Kumpel. Mein Befehl gilt trotzdem. Dürfte für dich ja eh kein Problem sein, Tykurs. So, hier sind Verseuchungen. Da, dort. Und hier ist ein Basen. Dann ist ein Basen. Okay. So, was waren die Erfolge bei dieser Mission? Die Erfolge sind... Mission abschließen. Okay. Zwei, drei Kolonien beschützen. Fünf Siedlungen beschützen. Okay, fünf Siedlungen. Na, dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Wir bauen erst mal WBFs. Und noch ein paar Vikings. So, ihr könnt da hin, ihr könnt da hin. Der Bunker ist fertig. So, wir bräuchten einen Medic. An jeder Station eigentlich. Und ein Depot schon wieder. Geht echt schnell. So, dahin. Die WBF-Schleife muss immer voll sein. So, dann baue ich den Reaktor dran. Und dann hier mal die Luftraum sichern. Ja, der ist da gleich tot. Und der ist auch gleich tot. Hier auf die zwei. Okay, der schießt nach dich. Ah, er. Ja, wir haben ja wohl eine Range. So, wir können dann runter. Wir brauchen noch ein paar Vikings. Ein paar WBFs. Noch ein Viking. Jetzt müsst ihr ins Gas. Du kannst es mal reparieren. Der Bunker schießt einmal frei. Das ist sehr schön. Wir brauchen einfach noch einen Bunker. Je mehr schießen, umso besser. Wir haben noch keine Panzer. Der hat nur für eine andere Mission machen müssen. Aber das kriegen wir, denke ich mal, auch so hin. Oder auch nicht. Genau, reparieren wir. So, alle da. Noch ein paar Vikings. Dann noch ein Depot. Los. Ich bräuchte halt noch ein paar Vikings. Dann gehst du mit hier runter. Ich habe halt keine Depots. Wenn das Depot fertig ist, bräuchte ich wieder das nächste. Nicht genügend Mineralien. Ja, ist fast so. Nicht genügend Mineralien. Aber dann ist das halt so. Dann baue ich halt noch ein Depot. Sorry, egal. Wir haben doch Zeit. Alle Zeit der Welt. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, hier mit rein. Ein paar BBFs. Die Pool ist gerade so fertig geworden. Das heißt, wir müssen hier noch ein neues bauen. Da ist der Marine noch fertig. So, Marine, Marine, Marine. Noch ein paar Marines. Dann bauen wir mal ein paar Upgrades für die Vikings. Die Infizierten sind auf dem Weg zu einer Siedlung im Süden. Okay. Die müssen wir retten. So schnell wie möglich. Noch mal kurz reparieren. Noch ein paar Vikings dazu. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, reparierst du? Reparier dir mal los. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Das passt zu weit. Kannst du da mit hin. Kannst jetzt abbrechen. Und ihr müsst das jetzt leider alles töten. Jetzt wird geplündert. Dann lasst uns mal loslegen. Gefahrt. Sicher doch. BBF Einsatzbereit. Sehr schön. So, nicht mehr viel Zeit. Nehmt euch da. Aggressiv. BBF. Sicher doch. Das Gerät ist mit dem Musigen. Niemand lebt ihn nicht. Dann könnte ich hier runter. Ganz wieder hoch. Und dann schießt alle mal da drauf. So, da haben wir das schon mal gesaved. Wir nehmen mal die Upgrades. Brauchen viel mehr Depots. Bauen ein, zwei Bunker hier unten noch hin. Dann noch ein paar Marines hier rein. Du kannst noch einen Bunker bauen. Ich bin schon unterwegs. Ja, jetzt komplett einbuckern. Ganz einfach. Wir sind Marines. Wir müssen uns einbuckern. So, das heißt, ihr könnt hier alle rein. So, da ist er fertig. Dann kommen noch mal ein paar mit Reparieren. Dann brauchen wir mehr Vikings. So, ihr hier rein. Oh, darum viel. Das ist ja reparieren, Jungs. Jetzt wird der Bunker. Du brauchst dann noch zwei Bunker wieder hin. Achtung. Klasse 5, EU-Signatur mit Kurs auf die Kommandozentrale entdecken. Ja, den räume ich gleich weg. Allwort genügt. Gut gemacht. Worauf soll ich ballen? Los, los, los. Sir, eine weitere Siedlung wird von den Zerg infiziert. Okay, ich gehe gleich los. Bereit machen, Jungs. Kommt noch was? Upgrade durchgeführt. Benötige weitere Depots. Und ich baue noch ein paar Depots, denn ich brauche mehr Depots. Ja, ja. Benötige weitere Depots. Ja, jetzt schaffen sie es ja. Natürlich. Wollen wir uns schnell die andere Siedlung. Wieder nur Uthas und Idus geht. Ein Viking verloren, das ist okay. Okay. Und wieder hoch. Macht's gut. Wir fliegen nach Hause. Achtung. Klasse 5, EU-Signatur mit Kurs auf die Kommandozentrale entdeckt. EU-Signatur. Sir, Stattman sagt, Dr. Hanson hat sich im Labor eingeschlossen. Oh nein, sie will unbedingt ihre Leute retten. Ich mache nichts mehr um sie. So, hier sieht es gut aus. Hier unten sieht es gut aus. Wir bauen hier oben noch ein paar Punkten ab. Denn die backern ja alle mit. Noch ein paar Luftkörmchen, die kann ich noch nicht bauen. Hallo. Ach, diese Waypoints fehlt es von mir. Wird ihr Macht. Ja, sieht gut aus, hier reparieren. Danach kannst du Bunker bauen. Und wir brauchen mehr Vikings. Noch ein Partypost. Bitter zurück, hier alle runter. Da alle runter. So, wir brauchen noch ein Maschinen-Dock für Luftabgertürmchen. Hier kommen wir noch in Flamme und ich kann man nicht bauen. So, wir brauchen noch viel mehr Depots. Achtung, Klasse 5, Biosignatur mit Kurs auf die Kommandos. Ja, den gibt es nicht mehr lang, der ist gleich tot. Einmal bereit, die schreiben alle ja schön zeitig. Immer mal die Vikings und fliegen da runter. Waffen optimieren. Jetzt fügt's. Und alle wieder hoch. Lass ich euch mal alle reparieren. Ja, jetzt sieht's gut aus. Hier dahin. Hier dahin. Du kannst ein paar Luftabwehrtürmchen bauen. Noch ein paar Vikings mehr. Okay, die müssen wir uns auch noch holen. Machen wir uns mal los. Wir können hier mit Abbau noch. Wir holen uns ein paar Warpiks. Noch mehr Marines. Und wir fliegen schon mal los. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Dann nehmen wir euch noch mit dazu. Das war die andere Siedlung. darin geht's gut aus. Aber die range-upgrade ist nicht so geil. echt eine geile einheit runter so jetzt müssen wir eigentlich mal hier das vernichten werden wir auch machen wir bauen einfach noch mehr murals nehmen noch ein paar barracks dazu hier kommt irgendwie gerade kein loch warpicks haben wir da kommt gerade eine linkenwelle keine zergbiosignaturen mehr in der siedlung zu orten ohne den uli können es ja gerne probieren so ja haben wir alles wir müssten jetzt nach oben die base mal zerstören noch drei reaktionen dran so und dann brauchen wir nämlich noch ein paar davon mineralien repariert noch können ein paar mehr reparieren bitte die sind nämlich alle fast tot da noch ein paar upgrades ja die post auf die drei not enough with spin gas das ist schlecht dr star so jungs wir brauchen mehr die post verweiterung fertiggestellt macht mal was verweiterung fertiggestellt mineralienfeld erschöpft so alle landen jetzt geht's rund danke wir machen jetzt einen anknopf der norden wird eine siedlung von infizierten umzingelt ok die müssen wir aus holen dann haben wir die siedlung auch und dann überrenne ich die zergbasen hoffentlich zumindest ok dass hier noch die linge an der langen stehen hier komm ich auf in die schlacht das wird optimiert mineralienfeld erschöpft jetzt geht's rund das gehört das wird jetzt nur bewegen ganz kaum noch erwarten mineralienfeld und wieder hoch alle danke alle nach hause wir sind gleich 200 haben auch keine nulls mehr das heißt wir müssen jetzt losrennen und alles und jeden vernichten schnappen aus dem bunker bereit für den krieg alle runter wir sagen der mahalo ich habe unge-eignete lande zu einigen ging aber hatten den viking vorne alle schick So, du kannst schon mal losfliegen und da landen, oder auch nicht. Kann sie denn nicht landen? Geht das nicht weg, der Creep? Ich kann sie nicht allein aufhalten. Ich kümmer mich jetzt. Geht raus. Ganz kaum noch erwarten. Warum nicht? Dann lande mal hier. Dann könnt ihr alle mal da abbauen. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Bingo! Jawohl! Selbstverständlich. Warum nicht? Wahnsinn! Ei, ei, Sir. Ganz kaum noch erwart. Freu mich schon drauf. Doch, los, los! Mit! Sir, eine weitere Siedlung wird von den Zerg infiziert. Worauf soll ich ballern, Sir? Hol' ich mir gleich. Erstmal mach' hier alles kaputt. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Gute Arbeit, Jungs. Dieser Bereich ist gesichert. Gute Arbeit, Jungs. Dieser Bereich ist gesichert. Geladen und lässt sich nicht allein aufhalten. Gute Arbeit, Jungs. dann holen wir uns wohl mal das letzte teil alle runter bitte alle landen bitte alle landen dankeschön warum müssen wir jetzt lang und wir bauen noch mehr jungs so ich könnte jetzt richtig ran noch mehr marines marines und holen uns die letzte base eigentlich kurz alle reparieren wikings sind fast dauer egal jetzt noch brauche sie brauche balinger fokussend alles andere fokussend aber sicher der marines bauen Ihr könnt mir etwas Hilfe gebrauchen. Bein, nächstes muss weg. Bein, nächstes ist weg. So. Da kommen wir mal bei uns. Wir versorgen noch. Noch mehr Marines holen. Wir brauchen Verstärkung. Hol dich mal gleich. Wahnsinn! Sieh! Los! Hier! Noch nicht! Abmarschbereit! Ganz krass noch ab! Noch noch ein paar Vikings. Nicht genug Minerals. Not genug Minerals. Bereit machen, Jungs! Hast noch was? Gehen wir alle hier hin. Hier! Hier! Noch nicht! So, Minerals haben wir langsam noch ein bisschen einkommen. Oh Mann. Den Vikings jetzt. Wenigstens die eher alles töten. Ah, das Gebäude hab ich da vergessen. Okay. Abmarschbereit! Äh, kommt noch was? Durchgeladen und ist sicher! Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Weiter so, Leute. Wir werden sie aufhalten. So. Und da haben es wohl geschafft. Ich orte keine weiteren Zerg mehr. Einmal frei. Schöne Runde. Wir haben jedoch ein Problem im Labor. Können wir uns tot stimmen. Und alle Erfolge bekommen. Sehr gute Meisterung der Kolonisten. Und das Podré noch von der Ariel Hansen freigeschalten. So, dann schauen wir mal, was die Hansen möchte im Labor. Hauptsache, sie ist jetzt nicht ganz imprimiert, weil alle tot sind. Aber ich hab eigentlich die Kolonien auch gerettet noch, ne? Komisch. So, kann man jetzt hier ins Labor schauen oder ist die da jetzt nicht weg? Weil ich hab's einfach nur so gemacht. Ja, okay, die ist weg. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Endcard. Bis dahin. Tschüssi. PS, es gibt keine Endcard. Sorry.